Dringender Spendenaufruf. Hanseadeck-Help sucht Alltagskleidung für Männer in allen Größen. Wie die Hilfsorganisation mitteilte, können Einrichtungen für Bedürftige derzeit nicht mehr ausreichend beliefert werden. Die Spendenannahme ist dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr in der Großen Elbstraße 264 geöffnet. Kleinere Einzelspenden können auch per Post an die Adresse geschickt werden. Für größere Spenden, beispielsweise von Firmen, sollte Hanseadeck-Help aus logistischen Gründen per E-Mail angefragt werden.